hallo und herzlich willkommen hier bei internet and supermarket simulator wir schleichen jetzt hier mal ganz angenehm aus der bude wie wenn man die bude schließen was haben wir denn der laden ist geschlossen ich schaff es nicht mal so ein pilon um zu rennen so hier passieren ja auch andauernd updates in dem spiel ist ja zu wissen was haben wir denn ja ich habe nichts mehr im rucksack fressen und so legt mir im arsch legt mir so im arsch warte mal ich werde mein panel da zu machen oh komm mal her hier was hast du denn waffe recyceln ausverkauft müll einmal ach so das habe ich ja schon gekauft ich gucke mir noch ein paar müllbeutel ist ja no problemo dann werde ich drei croissants kaufen was habe ich noch wo ist denn hier cola ich bin drei flaschen kölner gib mir die kölner gesagt ach scheiße dann kann ich eigentlich auch da noch mal essen essen kaffee kaffee so alles voll so schön 521 dollar wir rennen zurück in unseren laden es wird zeit unerreichbar ich wollte gerade sagen was soll denn die scheiße jetzt mit dem unerreichbar komm mal wieder klar boy so willkommen mann so ist hier öffnet das ding so wir haben alles nachgefüllt wir haben große packung chips wir haben hier neu drinne klopapier sodapop hier unten ist ja frittendreck oder so ein scheiß ich weiß doch auch nicht jemand was haben wir denn da parfümiertes bleichmittel ziarettenpapier das ist ja wirklich ziarettenpapier junge klopapier ist jetzt riecht er ab ey kackeg dein hals so pass auf hier gut haben wir acceptated die will natürlich einkommen was holt sich scheiß auspapier oh ey sie rennt kackeg braucht klopapier und nicht gerade zu wenig weil ich muss kackern junge ist ja gut jetzt kommen wir hier runter die wieder einkaufen mach mal mach mal das hemde ein bisschen zu hier im bau frei rum zu laufen so tschau da kommt die nächste tauschchen was darf es denn sein ach diese bio cracker da war bier 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 was ist denn das trinkst du das alles selber oder was hey ich frag da was mann ok das bio cracker da hab ich mir gedacht du bist ja ist doch gleich hier zu gammonies next topmodel mal war das wetter jeder cracker ist soviel dass ihr nicht gesagt sein Heute ist ja mit dir los na der schleicht da hinten zum büro so alright boah jetzt die jetzt kacken und danach bleichen gut ist ja nicht falsch, da gehen sie zum super das reicht mir das das soll ich dachte das ist hier der supermarkt mangelhaftes gleichgewicht was wollen die denn jetzt von mir was ist denn das jetzt ja ich bin noch da komm her hier zulassen, zulassen ich will erstmal ein bisschen Geld sammeln, das ist es doch ey, die wirft mir die Scheiße einfach aufs Band Frechheit, ne ja, mach da der Land, ihr Winst diese Frechheit ist das, wie du dich hier benimmst ok ok, ja, ok ja, sehr schön zack, zack, abkassiert der rennt da hin, der will unbedingt den PC benutzen kann er für jede Stunde ok, der will ne halbe ist auch kein Problem sie, entschuldige sie will ne halbe Stunde was hast du denn jöt, was hat's da was soll denn die Fresse da ich glaube, es hackt, Alter was ist das denn das hat die da verloren ach so, ein Teller, ne beschissen ist das das ist echt dreist so, ich will nämlich auch neue Computer Equipment mal langsam kaufen, ne dann können wir den Schund dann nämlich teurer machen jo, komm mal her hier wunderbar hat der da schon? der hat schon 722 Dollar ist irgendwie nicht, äh die helbe vom Ei, ne warte, dann gucken wir mal können wir was auffüllen können wir wir machen einfach wieder voll den Schuppen oh ja, ich hab ja ich stimmt, ich hab ja gut nachgefüllt im La, ja das ist natürlich sehr angenehm so, das brauchen wir nicht da greift kaum einer zu scheiß Papier nimmt jeder so, und ein bisschen bleiche hey, 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 pass auf hier wird nie geknutscht so, weg weg nächstes bitte naja nimm mal deine Kartoffel-Cracker hier so schön so, so ein Crackerler so, kann ich hier das Licht haben Mike ein Bierchen ein paar Cracker hier drei Chips meine ich oh ja, ist ja, du hättest alles akzeptiert wie machen wir denn das machen wir denn hier noch Rechnerei hin oder was oder gehen wir denn hier an der Wand lang und hier mit der Regale müssen wir ist ja gut ja, ich bin an der Kasse mit der Regale müssen wir vielleicht so Regal an Regal stellen und in der Mitte ja, ist ja toll was ihr hier macht so, halt genehmigt dann lassen wir mal kurz in den Webbrowser dann gucken wir bei Abby Mike und dann können wir hier so einen schönen Tisch aber der kostet 499 Tacken da wollte er mich verarschen oder was da muss ich wohl erst mit Supermarktartikel hier vorankommen gehe ich stark von aus weil so wird das nichts ok warte mal dann können wir doch hier Supermarktregal gehen wir mal ein bisschen aus dem Weg kann man die nicht umstellen gebe wehen so gehe wehen oh, ich hab's gut hingestellt grandiosos ja, ich bin ja da bleib doch ruhig für deine blöden Cracker da wirklich und hier dein Klopapier und deine Bleiche und eine Flasche Wasser toll dann holen wir nämlich zwei von denen ja, bitte wo bin ich achso, hier dann machen wir jetzt ist aber auch gut ne, ich bin doch gerade raus, Janger aus dem Bild alter, ey gut ok schön wo bleibt meine ach, da sind sie schon bezahlt so Mann, Alter Junge, hier muss man ja auch wirklich zu Tode schuften was ist denn hier mit meinem Mülleimer ich will doch den Müll so nicht den Besen gib mir mal jetzt jetzt bin ich dran hier mit die Regale so ich sehe überhaupt nichts ne, seht ihr wat seht ihr wat das ist glaube ich ganz cool und dann kaufen wir uns andere Artikel was ist denn das hier was ist denn das hier verpissig da ja ist okay ist okay kann man so nehmen ja abkassiert und jetzt ihr noch 57 Dollar gewinnen okay bin dran mit Rechnung wo waren das mit die Rechnung äh 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 Webbrowser ne ne wartet da Rechnung zahlen 37 Dollar ist okay nehmen wir hin so ich würde gerne oh ja okay gerne ein bisschen wat kaufen Lebensmittel so warte mal jetzt können wir hier eigentlich Getränke Obst Obst zweimal Obst zweimal Bananen Avocado so 424 Dollar leck mich in der Fresse wat so teuer der Dreck oh alter ja ist hier rund um die Uhr offen ne ich kann überhaupt nicht schließen hat ja keinen Sinn so Besen weg damit ich guck schnell nach was ich hier nachfüllen kann zack oh ah ist aber eher ein schön runter ja ne so das haben wir schnell nochmal hier ai 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 zack zack ja Bierchen, Chips Bierchen Bierchen Ja, wunderbar Geh mal weg Ja klar, mach doch einfach Ist ja auch nicht frech So, einmal hier schlagen Ey, was ist denn da passiert? Ja What the fuck is that? Wieso ist denn das so groß hier? Ich hab's doch gar nicht erweitert Und wieso passt das hier nicht rein? Verdammt nochmal, was ist das? Also So eine Frechheit hier, ne? Ähm Zack Jetzt muss ich ja neu alles so neu sortieren, ne? Was ist das hier für eine Scheiße? Ja, ist ja, mach einfach rein ins Regal Es ist jetzt eigentlich Schnuppe So, was steht hier? Was ist die Cola Was ist die Cola? Wofür kackt? Jetzt reißt euch zusammen Ja, ich muss wieder kackern Habe ich euch jetzt abgefertigt Ja, tschüss Müll Ja, ist auch voll Sehr schön Ja, ich muss zumachen, ne? Ich mach zu Nee Nee Die lass ich nicht mehr ran Ich kassier jetzt da nur ab Alter So, ich mach jetzt zu Den Laden Damit ich hier in Ruhe einräumen kann Ey, 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 okay Nun lass mich mal gleich hier vorne die Scheißerinnen sübbeln Sübbeldi-bubbeldi-bubbeldi Mann, ihr das mal kloppig hier Da ist ja schon Achso, da ist ein Avocado drin Ich denke, ich weiß Ah, die hab ich da reingeräumt, glaub ich, als erstes, ne? Die Obstabteilung hier Mann, macht das ordentlich Ach, ich muss das auch mitnehmen, ne? Ich muss nur aufpassen, dass er den nicht wieder auf den Fuß fällt Sonst will der gleich wieder loskloppen, der Arsch Ihr könnt da warten, bis ihr grau werdet, ihr Pfeifen So, komm, dich kassier ich noch schnell ab So, 300 kann ich hier auch zumachen, denke ich, ne? Also nicht, während die drin sind, oder? Das muss hier alles seine Ordnung haben Gehen sie mal weg, bitte Kriegt das auch hier oben drin? Ja, ne? Ne? Nicht? Na, dann stecke ich die Scheiße Weg hier, Mann Auf auf meine Kartons rumzutreten Mann Oh, rote Äppel Mal so, die grünen können wir Ja, ist ja gut Ist ja gut Ich hab's doch verstanden So, was haben wir denn hier? Die blöden Chips Ey, wir haben auch diese Kartoffelteile nicht, ne? Reigen immer So, hier ist BK-Bier BK-BK-BK So, dann kommt das daneben Die Biersorten Water Waterloo 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 Was ist das hier für eine Ordnung? Was ist das denn? Dreck Zack Kommt das daneben So, hab ich hier nicht noch ein paar Cracker-Dinger So, so langsam geht das hier alles ein bisschen zu nahe, ne? So ein bisschen aufpassen Klopapier geht richtig aus, ne? Was haben wir? Ja, was ist das hier? Päckung Milch oder was? Klopaper brauchen wir auf jeden Fall wieder, ne? Und Chips ist richtig Runtergang, ne? Oder hatten wir? Ne Wir müssen auf jeden Fall nachbestellen Auf jeden Fall so die Cracker-Gasse Zack Zack Pierchen Vier So, zehn übrig Neun übrig Eins übrig von dem Scheißhaus-Paper Das heißt, wir kriegen das Paper nicht mal voll Kacke 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 Bitte machen wir auf jeden Fall Clopaper Clopaper Ja, lassen wir erstmal Jetzt sind wir mal in 200 Bullettis Mit dem Bier Ach, scheiße 22 Äh, zehn Blondes Bier Blondes Bier Getränke Snacks Sag mal Getränke Ist da nicht blondes Bier bei? Nö Hä? Wie? Ach, blondes Bier ist hier? 16 So Danke, danke fürs Hinschmeißen Boah, Arschloch So, da haben wir unsere Cracker Zack Wunderbar So, da haben wir so Scheißhaus-Paper Das ist hier anstrengend Siehst du, das haben wir jetzt nämlich komplett aufgebracht Ja, ja So ist es schön Ciao Mach's gut Wiedersehen Unser Blondes Wobbt noch genug Energie Blondes Gleich nochmal drunter packen Da brauchen wir erstmal ordentlich Ordentlich Lager Also, das sollen wir Da brauchen wir ordentlich im Lager, meine ich natürlich Mann So Bleiche Parfümiert Hat der es jetzt automatisch vergrößert? Oder Hat er Äh Ich hab das doch gar nicht vergrößert, oder? Hab ich mein Lager vergrößert? Wann? Chips Ich glaub, wir haben noch zweimal Chips, ne? Weil das war, glaub ich, auch langsam mau Möge ehrlich sein Dabidi, 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 du Ne Gar nicht Chips geholt noch Ist egal Gut, da haben wir jetzt zweimal Klopapier So, Pepper Wir rennen nochmal kurz dahin Ich will ein bisschen Kaffee saufen und fressen Ey, warte mal Ich hab doch was Bringt die Harnisch, der Dreck Croissant ist ja richtig Müll So Jummi, Kaffee hier Komm mal hier Kaffee, Kaffee Zack Ein bisschen Pommes drin Warum ist uns die Tür jetzt zu? Mann die auf Scheiße, 21 Dollar Wir müssen wieder aufmachen Wir brauchen Geld Wie spät haben wir's? Ja, kurz vor 5 Easy Zack Nein, ich wollte noch Dings Ich wollte nur noch einsortieren Hier drüben Klopaper I want the Klopaper So So So, genau Was kommt hier rein? Was haben wir denn da noch alles? Wo ist denn eigentlich hier Ähm Das andere können wir gar nicht einsortieren, ne? Ist bestimmt fürs Kühlregal, ne? Es ist fürs Kühlregal Das andere Egal, dann hauen wir einfach irgendwas da rein Dann müssen wir jetzt Geld sammeln Wir müssen Geld sammeln Wieso ist das immer noch So günstig So, kann der, übernimmt der das nicht, oder was? Upsala, wieder rumgekloppt Ist das Licht an oder aus jetzt? Hm, jetzt ist es an Ja, dann müssen wir wirklich ein bisschen Geld sparen Für Dings, ne? Für den Kühlschrank Ist das eine Kacke So, komm mal ran hier Ja, klar Wir haben Klopapier ohne Ende, aber Zu Corona-Zeiten hättest du nur eh ne Packung mitnehmen dürfen, du Arsch Guck mal, er rennt Ich hab auch sehr wenig Licht hier drin Weil die zwei Lampen bringen gar nichts Oh Leiche und Chips Was hat der denn für eine Party vor? Hä? Was hat der denn vor? Guck, ich werde irre So muss das aussehen Bierchen und Chips Ja, so Was ist denn mit dir los? Ist das schlecht, oder was? Verstehe ich nicht Dann baue ich hier vorne nämlich noch einen Kühlschrank hin Ist ja ganz easy Aber so werde ich nie zum Kühlschrank kommen Aber wir können ja schon mal gucken Mal kosten Mal kosten Der Müll Der Supermarkt Aufrechter Gefrierschrank Klein 260 180 Gefrierschrank Okay Das ist ja schon mal ganz geil So Dann müssen wir die Rechner auch langsam machen Boah, hey Die Rechner machen Damit die auch langsam mal da ein bisschen mehr bezahlen können Wie sieht's denn hier aus? Preise sollen so bleiben Sag mal, ändert der die jedes Mal? Oh Bin ja schon Ich mach ja schon gerechten Preis Er ist ja nicht zu teuer, aber Der soll die so lassen So Zack Her mit der Kohle Ja, renn mal ein bisschen Zack So schnell wiegt es besteht So bezahlst du Genau Wunderbar Zieht Leine Wer ist denn da jetzt schon wieder dran? Eine halbe Stunde? Na gut Ja, warum hast du denn nicht den Links hier noch? Mann, der ist besser Mein Internetcafé Level 5 Oh, Gesamtgewinn 303 Dollar? Eigentlich nicht schlecht, ne? So, Weik hier Webbrowser Mach mal hier wieder auf oben Rechnung zahlen Achso, der will Der zahlt jetzt, ne? Und jetzt rennt er wieder um sein Leben So Wer hat denn die Scheiße wieder hingelegt? Ey Ist hier noch irgendwas dreckig? Nö, ne? Ja, also Mein Supermarkt ist nicht ganz so geil, ne? Also man merkt es schon Level 8 Doch, mein Supermarkt Level 8 Stimmt Das Internetcafé ist nicht ganz so geil Ja, das müssen wir ein bisschen auffurzen Also ein bisschen Da muss noch ein bisschen was kommen Aber wir brauchen erstmal richtig Kohle Wer hat denn den Scheiß da jetzt gemacht? Und wer hat denn den direkt da jetzt hingeschmissen? Könnt ihr nur ausflippen Gebt mir die Kohle Die war schon pissig, ne? Wo ich nicht abkassiert hab Kleine rote Fresse über den Kopf gekriegt Wie ist denn das? Gleich 2 Uhr morgens, ey Für ne halbe Stunde? Ja, klar Zieh durch Aber denkt an Ke Mistkicken da Stunde Jut, kein Problem Zieh gleich nochmal los Aber die ganze Obstkacke Kann ich gar nicht Wieso kann ich die nicht darin stellen? Da brauche ich da Ein Obst Brauche ich da irgendwie Ein Obstregal oder was? So, Supermarktregal Holzregal Gemüse und Obstregal 530 Öcken Für das kleine Pisting Für das kleine Pisting Na, klasse Joa, junge, älter Pass auf, Mann Sonst karreg dich um Joa, dann müssen wir ein bisschen sparen, ne Ein bisschen müssen wir noch sparen Joa, lass dir Zeit Lass dir Zeit Kein Problem 9,40 Willst du mich, ey, wirklich Kann langsam mit Licht ausmachen, ne Das ist nämlich kurz vor, äh, 4 Uhr 9,39 Ey, ich drehe durch Ich verdiene ich auch mal Geld Ich brauche Geld, jung Stunde Halbe Ein bisschen abkassieren Sehr schön Komm, rein, hier, einkaufen Kein Problem Mann, ich hab alle da Ja, hier, guck mal, wie dir das macht Die sprintet hier Ja, aber mach mal einen Bauch Bedeck mal den Bauchnabel Das ist nicht so cool 9,39 Witzig Naja, komm doch ran, hier Gleiche 6 Dollar Ganz easy Was ist denn? 21 Dollar Wow Gut, eine Stunde Sehr schön 427 Dollar Wir können auch mal ein bisschen auffüllen hier Sehr schön runter jetzt Dann nochmal Chips Nicht mehr viel da, ne Das ist, äh, ein bisschen Traurig Oh, Chips und BK-Bier Ja, komm doch gleich Jetzt können wir wieder runter So Oh, ja, wir müssen langsam alles nachbestellen Der hat sich gerade da nochmal Sodapiss geholt Dreimal Drei mal Water Ja, gut Wir müssen wirklich Zack Boah, ich würde gerne dieses Gemüse-Ding halt haben, ne Wir haben uns so viel Äpfel und Avocado und so Mist geholt Jetzt würde ich auch gerne das Gemüse-Teil haben Damit wir hier auch mal vorwärts kommen Aber ich muss natürlich aufpassen, ob die hier wieder mit ihrer Rechnung Ob die hier wieder mit ihrer Rechnung angescheißert hat Und dann, äh, kann ich das nicht bezahlen Nein, das ist Afterkarte So, Chips Bier 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 Oh, gleiche 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 Bier Müll ist auch wieder voll, wa, gleich Nur am verschmutzen, die Drecksäcke Haben wir genug eigentlich, ja, ne Okay Wir haben hier noch Okay, 36 Dollar Fuck, aber wir haben ja gerade erst die Rechnung bezahlt Und ein bisschen wahrer noch Also wir kommen auf jeden Fall wieder auf über 100 Wenn nicht sogar noch mehr Ich kassiere erstmal die beiden ab hier Wunderbar Geh mir mal aus dem Weg, du Penner Zack Das knallig nehme ich hier hin So Ware füllen Bananas Keppel Und Avocado Bananen Machen wir 6 6 Dollar Machen wir 2 Und machen wir 4 Ne, warte mal Die Ne, die Bananen machen wir Was machen wir da Was mache ich denn da 3 Dollar ist scheiße Wir machen 4 50 50 2 50 Und hier machen wir 4 50 Wunderbar, wunderbar, wunderbar Wir haben Endlich ein Gemüseregal So wir haben jetzt noch Gemüse im Sortiment Habt ihr gesehen, Freunde Freunde Ob man das gesehen habt Freunde Gut, das will immer noch keiner Gemüse Schön zu wissen Ah, da, hier Zack Siehste Bananas Äpfel Avocado Ist alles dabei Siehste Und schon so war wieder bei 124 Brauchen wir das ja keine Platte, Mann Überhaupt nicht War das mit ihm? Ja Na klar Leben wir weiter ungesund, ne mein Freund Leben wir weiter ungesund Nehmt mir die Kohle, Mann Kann nicht wahr sein Spinnen sich hier alle ihn aus Hör auf hier zu rennen Das ist keine Turnhalle Und Wasser, was willst du denn? Ja, hingeschmissen hast du mir den Dreck, ne? So, Leute Ich würde sagen, das war es für die Folge Wir haben einen kleinen Fortschritt Wir haben uns ein bisschen erweitert Und, ähm Ja, mit dem Geld sieht auch ganz gut aus Wir können uns auf jeden Fall Sachen leisten Und, äh, kriegen auch wieder gut Geld drin, ne? Mein Internet-Kaffee ist auch schon jetzt höher Äh, ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich hoffe, es hat euch unterhalten Und natürlich hoffe ich Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut Haut da rein und Ciao 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 Ciao